Hallo, Willkommen im Weltall, irgendwo im Universum. Aufstehen rüber. Hype is real. Fabi ist da, Kale ist da. Let's go. Jo, je. Let's fucking go. Das ist ein Anblick für die Götter, einfach. Werd den Stormblatt, gedacht, dass sie ihn irgendwann reiten? Also, freiwillig. Also, stehen sie bloß einfach in unser Pferd, oder was denn ist? Oh nein. Dies wird nicht so enden, wie ihr es solltet. Ja, ein bisschen viel Kopf, ein wenig Körper, aber sonst ist es auch ziemlich nice, ja. Er ist erwachsen geworden. Ich will so halt, die überhaupt auszusehen, ey. Ich werde diese Jagd beenden. Wie weit du auch fließt, es gibt keinen Kommen. Ich bin zu gehypt, um mich zu konzentrieren. Äh, da ist ein Planet. Er ist nur Dekoration. Ja. Meinst du? Oh mein Gott, nein. Er ist nur Dekoration. Ich bin immer ge speech-rassend. Er ist nicht mehr zu schmerzen, immer gef komen, nur ich glaube es wäre nicht. Oder er ist auchий oder gotten mit crazy Zeit, wenn du nicht nicht wie zu schmerzen. Das kann ich mir die Mechanik gar nicht anschauen. Geiiiice. So, hier ist der erste Versuch. Das wird hoffentlich nicht weiter ein Problem sein. Also erst rechts und dann links, wenn ihr es richtig gesehen habt, ne? Die Planeten, ich glaub die nehmen uns nur aus dem Link. Okay, der Krieger will nicht win- Green Planet turns faster. Green Planet turns faster than others. Okay. Aber wohin turnen? Wie lange? Wo bleibt die stehen? Ich werde diese Jage enden. Ach, die kollidieren miteinander. Ach, ne? Ja, da sind aber zwei. Ja, da sind zwei Planeten und die kollidieren miteinander. Und der Grüne ist schneller. Deswegen ist die Aussage wichtig. So, wo ist der andere? Da ist der andere. Weg! 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 Andere Seite. Ach, picken. Okay, wird wieder zusammengebaut. Was bedeutet das? Wieder und wieder. Wohin wir auch kamen. Guck mal, Schild hier. Wahnsinn. Und dann macht die... Ach, die macht Zeit, die macht Zeitumkehrungen. Alle, oder? Ach, die macht das nochmal. Debated, ey. Hab ja schon 72 Prozent. Oh, fuck! Ist das schonmal... Ist das schonmal etwas, ne? Jetzt... Jetzt wollte ich dem die Agro nicht klauen. Ähm... Okay. Ähm... Machen die Wurm? Schreien die? Sicherlich. Lauf mal aus! Lauf mal aus! Lauf mal aus! Stop it! No! Stop it! Scheiße, Alter! Huuuuh! Oh my god! Oh my god! Genug Platz zum Atmen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hoppala! Sprinten. Go away from me! Zusammen. Wahrscheinlich wär irgendwie... Mechanic Matching hier jetzt gleich wieder. Ach, und dann noch Zweiten! Und noch einer! Fuck you, ey! Mama! Und wieder links rüber. Wieder und wieder. Wohin wir auch kamen. Wird, glaub ich, doch eher von den Linken weggehen. Ja, die markiert sind... Ah! Genau, die geht nämlich dann wieder los mit Push gleichzeitig. Heilige Krabbe. Heilige Krabbe. End. Was kommt denn noch? Dies ist unser günstiges Geschäft! Kämpfen gleich noch gegen... Schillige Wessel. Bitte. Gehen wieder hoch. Aufpassen. Vielleicht sollte ich die Spontanität doch mal lassen, ne? Eigentlich brauche ich's für den Rotar, aber irgendwie will ich mich beleben. Du kommst mir immer näher! Ich hab gesagt weg von mir! Ich geh extra... Ich... Du bist zu mir gelaufen! Du hast mich einfach gefolgt! Sau! Ich hab dich nicht gesehen! Lauf doch zum Boss hinten! Wurde einfach von Cal weggehauen, ne? Für die Mitte gehen! Der schlimmste Boss ist Cal, ey! Oh, Tommy! Das ist dein eigener Team-Mate! Ich hoffe, dass irgendwie ab 50% ne Phase-Transition oder ein Checkpoint kommt, ey! Oh mein Gott! Oh, ich würd weg davon! Aufpassen! Und heiler weg! Wie? Was? Was soll das? Was soll das reden? Weißt du denn? Fucking 50% an ihrem Norville-Mode und ich komme mir jetzt schon vor, als ob ich zwei Stunden geradet hätte! Nice! Das ist mein Abschlusskampf hier, ey! Love it! Ich werde diese Jagd beenden! Wie weit du auch fließt! Es gibt keinen Kommen! Selbst der Hälfte sterben ist! Nach links gehen! Das war ich nicht! Meine Schwester fanden sich festfallen! Meine Schwester fanden sich festfallen! Hey! Meine Damen und Herren! Okay! Wieder Spaß mit Planeten aufpassen! Brrr! Sprit! Wuh! 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 Okay! 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 Ganz ruhig! Dann werden wir das einzig wahre und mögliche sein! Die kennen wir doch von irgendwo! Die kennen wir doch von irgendwo! Okay! Das ist wahrscheinlich jetzt Damage Check oder sowas! Die macht einen auf Titan! Äh! Titan! Wie heißt der? Thanos! Den Planeten! Da kommt irgendwie so ein Symbol! Das sieht nicht geil! Okay! Die fliegen also einmal quer rüber! Gut zu wissen! Bis zum Glück! you! lasst die 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 Das werden wir doch mal überstehen aus der Kälte hat 3 Stacks. Schade. Was? Ich denke der will. Okay. Wow. Oh ja. Der war glaube ich echt notwendig. Oh ja. Gut süß. Ich glaube wir wären gestorben aber auf jeden Fall. Den Damage habe ich noch nicht kommen sehen. Ich bin in der Besichtordnung, ich bin in der Speichlow. Vater Lesmour. Ah er kommt wieder. Wie die Biss, oder? Niemand kann deinem Schicksal enden! Was? Was ist happening? Was ist happening? Was ist happening? Du kommst in Savage Light. Wir werden jetzt zurückgeboxt auf Ifrit Prüfungen. Zurück zum Urknall. Ich hab dich zurück zum Urknall geboxt. Oh, die Musik geht los. Was? Ja, Mann. Wir haben uns weggebetet. Nice. Wir haben uns weggebetet. Wir haben uns weggebetet. Oh, dieser Schmerz. Dieser Hass. Dieser Leid. Der Schmerz. Ich hab es nicht akzeptiert. Ich hab es nicht akzeptiert. Die Unwändige Kraft. Der Verzweiflung zu trotzen. Oh, die reden in uns. Das ist nicht die Antwort, die ich fand. Geil. Alter, ist das geil. Mega geil. 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 Endspurt, Boys! Let's go! Yee! Yee! What the fuck war das ein geiler Kampf? Oh, jetzt ging es schon rüber. Oh! Das war ein sehr, sehr extremst geiler Kampf. Aber dick. Yo, 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 ey. Geil. Mit dem, mit den Worten. Geil. Geil. Hammergeil. Sagen wir auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Inhalt, der es vielleicht gibt. Ich weiß nicht. Tschüss. Tschüss. Die Elegators, Elegators. Der, 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 der. Die Elegator. Der, 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 der. Der, der, der. Untertitelung des ZDF, 2020